Hallo, ich bin's wieder, Mr. Nick. Und heute gehen wir zum Zahnarzt-Termin im Ruhr. Und wir schalten weiter ein, wenn wir beim Zahnarzt sind. Bis gleich. Hallo, jetzt sind wir schon angekommen beim Zahnarzt und jetzt gehen wir in das Wartezimmer. Wir sind jetzt schon, wir waren jetzt schon im Zimmer und die Arzt hat mir so eine bittere Seilentaube gemacht und hat meine Zähne angekauft und ich darf der Zähne verziehen. Ja, und jetzt kommt gleich noch mein Arzt und kommt die Zähne genau an. Und wie war's? Gut. Ich hab keine Ahnung. Hast du was bekommen? Ja, so ein Würfel. Von, ja, blauer, weißer, grüner, äh, orange und gelbe Farbe und weiß. Wann ist dein nächstes Termin? Am nächsten Termin. Es ist nicht schlimm, oder? Nein, aber ich will jetzt oder morgen. Es war auch ganz schnell. Ja, drei Minuten. Jetzt sind wir wieder auf dem Dach vom Kaufland und jetzt sind wir beim Auto und jetzt fahren wir los. Und hier, ähm, was soll ich das sagen? Also, wir sehen, da, hier ist ein riesiger, halt hier ist ein riesiger, halt hier ist ein riesiger Bahnhof und hier bin ich schon mal, schon, ich glaube, dreimal mitgefahren. Und, ja, und schau mal, ich habe einen Mann in diesem Zug gesehen und da ist eine Hand stecken geblieben, weil da so viele Leute drin waren. Und hier, ja, sogar am Bus mal, hat meine Nastja gesehen. Super, scheiße. Okay, dann sehen wir uns nächstes Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.